Die zufriedenen Mitarbeiter bei Ortlieb, das ist eigentlich unser Kapital. Und deshalb ist im Personalbereich Zuverlässigkeit das Abend um. Seit wir unser Lohnprogramm auf Dativ umgestellt haben, ist alles für zuverlässiger geworden. Wenn wir jetzt mal eine Bescheinigung oder Bestätigung für die Arbeitnehmer brauchen, auf einen Blick geht alles automatisch raus. Und unsere Mitarbeiter verlassen sich darauf, dass alles passt. Beim Jahreswechsel hat man sowieso Arbeit ohne Ende. Man muss die Meldungen an die Rennenversicherung, ans Finanzamt machen. Das geht halt bei Dativ alles automatisch. Die Abrechnung ist vom ersten Tag im Januar perfekt von Dativ umgesetzt. Ich habe immer das Gefühl, die haben Programmversionen, spülen sie ein und am nächsten Tag können wir aktuell arbeiten. Auch wenn wir weiter wachsen, wird man nicht bange, da ich weiß, dass Dativ sich immer weiter entwirkt.